Universität Süd, Naturwissenschaften 1, Universum Bremen. Wir haben hier noch ein paar Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder. Wir haben hier noch ein paar Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wä Aber weil ja jetzt der Kurs, also weil er ja zum Beispiel den ersten 3 Wochen lang macht, ist halt die Frage, ob dann seine Klausur, also sich auch um 3 Wochen verlängert oder nicht, beziehungsweise ob er dann wiederkommt, ob er dann länger da runterbleiben kann oder was da passiert ist. Weil ich ja meinen Flugpunkt in dem Fall wollte. Also nicht, dass ich das jetzt abhängig davon mache. Weißt du, aber wenn er halt weiß, dass er Ende Juni noch wiederkommt, dann werde ich nicht am 1. fliegen, am 1.7. sondern gleich am 5. Und da stehen noch 3 Tage in der Kassie. Und ich war jetzt hier in dem Zeitraum. Und ich fand nur ein bisschen, die hätte ich gemacht. Ich glaube, weil ich hier halt frage, ob ich halt schon irgendwie weiß, wenn er weiß dann nicht, habe ich gesagt, okay, wir brauchen die Abenteuerung. Also wie gesagt, ich mache das nicht so alles. Aber jetzt ist gar nicht so schlecht, dass ich da noch ein paar Wochen habe. Und das geht's. Und am 1.8. Berufsbildungswerk. Technologiepark. Auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Also ein Opa. Er war ja schon dabei. Das ist aber nicht so geil. Das ist aber nicht so geil. Also ich bin dabei. Nein, das ist aber ein bisschen ein bisschen. Wie ich glaube, es ist auch für den Weihnachten. Das ist für die Schule zu machen, oder? Bei Erlebnis für die Schule zu machen. Und Niedersachsen-Videe immer als Erster. Das ist komplett verschoben. Und ähm... Vielen Dank.